Ich kaufe zum ersten Mal wieder Kohlen seit vielen Jahren, habe bis jetzt mit Gas geheizt und den Kaminofen nur mit Holz befeuert. Aber durch die steigenden Gaspreise möchte ich jetzt nachts durch die Kohle etwas langanhaltende Wärme haben. Wir erleben einen Rand von Neukunden auf uns, den wir so bei den festen Brennstoffen auch noch nicht hatten. Jeder, der eine Gasheizung zu Hause hat, aber auch noch einen Ofen, der möchte jetzt Kohlen haben. Diese Kunden kannten wir bisher nicht. Jetzt kommen sie in Scharen angerannt und wollen alle Kohlen kaufen. Musik